Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit euren Trainer aufs Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ja, heute wollen wir uns um die Torhüter kümmern. Ja, hier habe ich eine Reaktionsübung für Torhüter. Eigentlich ganz einfach, der Trainer hat zwei Bälle in der Hand, aufgestreckte Arme. Dort liegt der Ball oben und lässt ihn über die Hand einfach nach unten rollen. Der Torwart soll dann reagieren und bestmöglichst natürlich den Ball, bevor der Ball aufkommt, auf dem Boden den Ball erreichen. Ja, eine schöne Reaktionsübung für den Torhüter. Ja, schön, dass du wieder dabei warst bei meinem Fußballtraining, in diesem Fall für das Torwarttraining. Lass ein kleines Feedback da, ich würde mich freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, schön, dass du wieder dabei warst.